Ein Unternehmer ist ein Mensch, der über 60 Stunden in der Woche arbeitet, damit er 40 Stunden nicht für einen anderen arbeiten muss. Das ist ein weit verbreiteter Glaubenssatz. Es stimmt zwar, am Anfang in der Gründungsphase wirst du mehr zu tun haben, aber wenn du nach 15 oder 20 Jahren noch 60 oder 80 Stunden in der Woche arbeitest, dann hast du vielleicht was falsch gemacht. Dann kennst du nämlich noch nicht das System, wie du unendlich viel erreichen kannst und das werde ich dir in diesem Video vorstellen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Coach und Berater, sondern selbst auch Gründer. Ich habe auch aus einem Wohnzimmer heraus angefangen, schließlich eine zweite Wohnung hinzugebucht, dann ins Büro gewechselt, immer mehr Mitarbeiter und dann auch Führungskräfte eingestellt. Und da erkenne ich dieses Prinzip, wie du unendlich viel erreichen kannst aus der Praxis, auch für deine Praxis. Stellen wir uns folgende Ist-Situationen vor. Du bist Gründer, Unternehmer, fängst vielleicht alleine an als Selbstständiger oder als Solo-Unternehmer und hast auf der anderen Seite dein Ziel, deine Berge, die du abtragen willst. Und das kann schnell mal einschüchtern, wenn man so ein 3, 5, 10 oder 20 Jahresziel sieht und diesen riesigen Berg an Aufgaben. Dein erster Schritt wird es in der Regel sein, dass du dein eigenes Zeitfeld gut bestellst. Du hast wie alle anderen Unternehmer, egal ob Bill Gates oder Zuckerberg oder Jeff Bezos, alle haben 168 Stunden, genauso wie du. Und im ersten Schritt wird es deine Aufgabe sein, die richtig gut zu verwalten. Aber du hast halt nur 168 Quadratmeter und wenn die voll sind, wird es schwer, noch etwas hinzuzufügen. Aber eine großartige Möglichkeit, die du hast, bei immer mehr Menschen, die es auf der Erde gibt, dass du nicht in die Zeitfelder anderer Menschen einkaufst. Das heißt, du suchst dir Assistenten, Mithelfer, Teampartner, Geschäftspartner und hast von jedem vielleicht 10 oder 20 Stunden zusätzlich in der Woche zur Verfügung. Und dieses Prinzip kannst du immer weiterentwickeln, wie du praktisch in der Mitte ein Kernarbeiter bist und um dich herum viele Satellitenmitarbeiter. Das heißt, die Erde ist in der Mitte und darum drehen sich die Satelliten. Oder die Sonne ist in der Mitte und darum drehen sich die Planeten. Und deine Aufgabe ist es, möglichst viele Helfer und Experten und Unterstützer in deinem Team, aber noch nicht Vollzeit, sondern hier 5 Stunden, da ein Buchhalter, 8 Stunden, da ein Steuerberater, hier eine Marketingkraft zu Hause, eine Reinigungskraft, jemand, der einkaufen geht, jemand, der ein Auto putzt, um dich herumzubauen, bis du schließlich nochmal 168 Stunden dazugebucht hast. Und wenn deine Aufgaben und Projektmenge, die Anzahl der Kunden und Leads immer größer werden, dann ist irgendwann für dich der nächste Schritt gekommen, dass du echte, vollzeitfeste Mitarbeiter einstellst. Vielleicht ein, vielleicht zwei. Und beide liefern 4,35 Wochen mal 40 Stunden oder mehr in der Woche komplett Arbeitszeit, um in deine Projekte zu investieren, um dich zu entlasten, sodass du noch mehr umsetzen kannst. Irgendwann wirst du dann so viele Mitarbeiter haben, dass du sie selbst gar nicht mehr führen kannst. Das ist dann für dich der nächste Entwicklungssprung, dass du eine Führungskraft in dein Team hineinholst. Du hast also ein Team, was von deiner Führungskraft geleitet wird und dich noch mehr entlastet. So hast du noch eine Stunde oder vielleicht zwei Stunden in der Woche als strategischer Berater, als Geschäftsführer oder Inhaber zu investieren, um mit deiner Führungskraft die nächsten Schritte zu besprechen. Und diese Führungskraft setzt diese Projekte und Aufgaben mit seinem Team um. So hast du also fünfmal 168 Stunden und hast selbst vielleicht nur eine Stunde pro Woche investiert. Und beim sechsten Schritt ist es sogar schon so weit gekommen, dass du so viele Aufgaben, Projekte und aber auch Teammitarbeiter hast, dass du nicht nur eine Führungskraft hast, was sich um ein Team kümmert, sondern du hast vielleicht schon Führungskräfte, die sich um andere Führungskräfte wiederum kümmern, die jeweils ein Team führen. Das bedeutet, jedes Team liefert dir vielleicht 500 oder 1000 Stunden zusätzliche Zeit, in dem Projekte und Aufgaben abgearbeitet werden, die zur Erreichung des Gesamtziels führen, die praktisch mit dir gemeinsam diesen großen Berg an Projekten und Aufgaben abtragen. Auf der einen Seite gibt es hier, wenn du genau überlegst, nach oben welche Grenze. Keine Grenze, völlig korrekt. Und trotzdem machen es so wenig Menschen. Trotzdem trauen sich so wenig Menschen zu und setzen es auch um, solche Teams und Führungskräfte aufzubauen, die gemeinsam Schulter an Schulter über Wochen, Monate und Jahre große Projekte abtragen, große Berge umsetzen und die Ziele erreichen. Und die Frage ist jetzt, warum ist das der Fall? Der Grund dafür ist relativ simpel. Es ist der Hauptfehler, den die meisten machen, wenn sie in die Wirtschaft eintreten. Die meisten wollen erstmal etwas bekommen, bevor sie etwas gehen. Die gehen zur Bank und sagen, ich möchte ganz gerne Zinsen haben. Und wenn der Banker fragt, wo denn das Geld ist, dann sagt man, das bringt man später vorbei. Und wer diesen Fehler macht beim Teamaufbau, wird diesen Erfolg niemals umsetzen können. Dieses Ergebnis, dieses Schlagkräfteteam niemals in seinem Team haben. Denn wenn du den ersten Mitarbeiter bereits einstellst, dann wirst du erstmal Aufwand haben an Zeit, an Geld, um den überhaupt zu finden. Und wenn du ihn gefunden hast, dann musst du den einarbeiten. Das bedeutet, deine Arbeitszeit, mit der du normalerweise Umsätze kreieren könntest, geht flöten. Und das Dritte ist, der will auch noch Geld dafür haben und will einen Arbeitsplatz haben und will auch noch Geräte und Betriebsausstattung haben. Das heißt, du wirst die ersten Wochen und Monate investieren und dadurch erstmal Verluste machen. Und je nachdem, wie dein Unternehmen aufgestellt ist hinsichtlich der Produkte, der Dienstleistung, der Wertschöpfungsprozesse, kann es zwischen 3 bis 36 Monate dauern, bis ein Mitarbeiter sich selbst trägt. Bis er zumindest erstmal die Kostendeckung für sich selbst erreicht hat und das investierte Kapital und die Zeit von dir und deinen Führungskräften, den Ausbildern, wieder zurückverdient hat. Und dann hast du ihn fertig ausgebildet nach ein, zwei Jahren und erkündigt. Auch das ist in diesen Verlusten und diesen Kalkulationen mit zu berücksichtigen. Das bedeutet also, egal ob du einen Mitarbeiter oder Führungskraft hast, in jeden hast du am Anfang investiert. Zeit, Geld, Betriebs- und Geschäftsausstattung, alles was er braucht. Deshalb meine Frage an dich. Wo ist hier die Obergrenze an Projektgröße, an Zielgröße, die du wegarbeiten kannst? Tatsächlich gibt es keine gesetzliche Limitation deiner Teamgröße, der Anzahl der Führungskräfte, die mit dir gemeinsam arbeiten. Das einzige Limit, das setzt du selbst mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Führungs- und Kommunikationskompetenz und mit deiner Bereitschaft, zuerst zu geben und dann zu nehmen. Erst zu investieren, um dann Rentabilität zu erwirtschaften. Erst zu sehen und dann zu ernten. Wenn du dabei also Unterstützung brauchst, entweder bei der Zielsetzung oder bei dem Selbstmanagement oder bei der strukturellen Planung oder bei der Gestaltung der Mitarbeiter, Gewinnung und Einstellung und Strukturaufbau, dann kannst du gerne Gebrauch machen vor einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater helfen dir bundesweit nicht nur in einmaligen Projektberatungen, sondern dauerhaft über 6, 12, 36 Monate, dich dabei zu begleiten, solche Prozesse auch real werden zu lassen. Gerne aber kannst du jetzt auch das Video mit Daumen hoch bewerten, wenn es dir gefallen hat. Und du kannst jetzt auch den Kanal abonnieren, da wirst du mit als Erster informiert, wenn das nächste Video publiziert wird.